Wir gehen gerade durch ökonomisch nicht so einfache Zeiten und Warren Buffett hat dazu einmal einen ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich er hat gemeint, es ist nicht so wichtig, wie hart du ruderst, viel wichtiger ist, in welchem Boot du sitzt. Was er damit gemeint hat, ist folgendes, du kannst der beste Verkäufer der Welt sein, wenn du mitten in einer Gaskrise versuchst, Gasheizungen zu verkaufen, kannst du der beste Verkäufer der Welt sein und du wirst es nicht schaffen. Da ist es besser, du verkaufst ein anderes Produkt, da reicht es ein mittelmäßiger Verkäufer zu sein und du wirst mehr Erfolg haben, als der beste Verkäufer, der Gasheizungen verkaufen wird. Deswegen siehe mal an, in welchem Boot sitzt du, solltest du möglicherweise auf ein anderes Boot umsteigen, damit du schneller und einfacher vorankommst in deiner Karriere. Ich wünsche dir viel Erfolg.